Die von Frau Nahles bejubelte Regelung ist in Wirklichkeit kein Durchbruch, sondern wirklicher Wartbruch. Die Leiharbeiter werden nichts davon haben. Wenn man weiß, dass über die Hälfte der Leiharbeiter nicht länger wie drei Monate beim gleichen Betrieb arbeitet, ist es ein Witz, wenn Sie erst ab dem neunten Monat die gleiche Bezahlung wie die Stammbelegschaft bekommen sollen. Die meisten Leiharbeiter sind also davon ausgeschlossen. Die Regelung verschlechtert sogar noch die jetzige gesetzliche Regelung, weil durch Tarifverträge sogar die gleiche Bezahlung bis auf 15 Monate verlängert werden kann. Dann ist fast kein Leiharbeiter und keine Leiharbeiterin mehr davon betroffen. Das ist also wirklich eine schlechte Regelung. Und ich kann nicht verstehen, warum man nicht Leiharbeiter ab dem ersten Tag mit der gleichen Bezahlung ausstattet wie die Stammbelegschaft. Wir sagen sogar, weil es eine erschwerte, flexibilisierte Arbeit ist, müsste sogar noch ein Zuschlag bezahlt werden von 10 Prozent. Dann würde es endlich aufhören mit dem Missbrauch der Leiharbeit. Die Regelung zu den Werkverträgen dämmt weder den Missbrauch ein, noch regelt sie das wirkliche Problem. Das wirkliche Problem ist, dass bei den Werkverträgen die Arbeitgeber immer aus den bestehenden Tarifverträgen fliehen und die Arbeitnehmer, die dann in die Werkvertragsfirma gehen, deutlich schlechter bezahlt werden und ihre Sozialstandards abgesenkt werden. Das wird gar nicht geregelt. Dieses Problem wird gar nicht angegangen. Man müsste praktisch eine Regelung treffen, dass bei Ausgliederung in Werkvertragsarbeit ab dem ersten Tag der Tarifvertrag des Kernbetriebs weiter gilt. Dann würde dieser ganze Spuk aufhören. Außerdem müsste man die Mitbestimmungsrechte für die Betriebsräte auf die Werksverträge erweitern, dass die Arbeitnehmervertretungen wie bei anderen personellen Maßnahmen auch ein Mitbestimmungsrecht haben. All das regelt Frau Nahles nicht. Die Regelung, die sie trifft, dass man keine Vorratsregelung mehr treffen kann, die das umwandelt in Leiharbeiter, trifft das Problem nicht. Sie verschlechtert in der Praxis sogar die Bedingungen für die Werkvertragsarbeit. Also insofern kann man sagen, wenn das der Startschuss für die Gerechtigkeitsoffensive der SPD sein soll, dann ist er kräftig misslungen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.